Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. MW2 im Hintergrund, das ist ein so ziemlich aktuell, ich glaube das ist jetzt bald 5, ne 6 Jahre alt. Irgendwie so 5, 6 Jahre ist das alt. 2009 ist das rausgekommen, warte mal, wahrscheinlich im November. Das heißt, es ist ein bisschen mehr als 6 Jahre jetzt alt, was ziemlich alt ist für ein Videospiel. Aber ich habe es am 30., also jetzt kurz vor Silvester, habe ich mit einem Kollegen gespielt. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt gerade spielt, den Control in der Hand hat und so weiter. Aber ich kann dazu sagen, das ist ein ziemlich schlechtes Gameplay von beiden von uns. Jonas, das habe ich nicht ernst gemeint, du bist der beste Spieler überhaupt, natürlich. So, da ich jetzt schon jemandem gewidmet habe, kann das natürlich niemand anders mehr bekommen, so eine Ehre. Von daher bitte unterlasst Kommentare von wegen, warum hast du nicht meinen Namen genannt? Ich mag dich doch viel mehr als dieser Jonas. Im Grunde geht es auch nicht um dieses Video hier, das habe ich nur im Hintergrund eingebaut. Ich sollte mal langsam anfangen zu reden, denn es ist nur 9 Minuten lang. Hey, und ich schaffe es einfach nicht zum Punkt zu kommen. The Big Short. Den Film habe ich heute gesehen, der lief in der Sneak und ich bin da reingegangen, wusste schon, also ich wusste nicht, dass er kommt. Aber es gibt ja diese Sneak-Prognosen, die dir sagen, welche Filme ungefähr kommen. Und ich habe mir gedacht, als ich das gelesen habe, dass der kommen könnte. Ich habe mich ein bisschen gefreut, weil ich wollte den unbedingt sehen. Ich habe mir den Trailer zwar angeschaut, habe den aber nicht so wirklich wahrgenommen, immer im Kino und auch auf YouTube nicht, weil der hat so ein bisschen wie so eine Mischung zwischen Wall Street und The Wolf of Wall Street, das sind ja zwei verschiedene Filme, gewirkt. Auf wahren Begebenheiten beruhend, nämlich auf der Finanzkrise, die 2008 ausgebrochen ist. Ich habe mich übrigens inzwischen nicht weiter informiert über diesen Film. Deswegen kann ich euch jetzt nicht mit Daten und Fakten versorgen. Ich weiß nur, dass Brad Pitt mitspielt, Christian Bale spielt mit und dann noch so ein bekannter Typ, der in Gangster Squad dabei war. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt. Aber es geht ja auch nicht darum, euch die Darsteller oder den Regisseur oder die Story in Einzelheiten zu erklären. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen sagen, was ich davon halte. Ich habe den ja gesehen und ich muss sagen, der hat mir zuallererst mal gut gefallen. Das ist so ein Film, der ist so in der Machart, wie ich schon sagte, eher Richtung Wolf of Wall Street als Wall Street, weil er hat ein paar lustige Stellen, er ist aber meistens tatsächlich einfach nur auf Zahlen beruhend. Wenn ihr diesen Film sehen möchtet, dann möchte ich euch von vornherein sagen, dass es da im Grunde fast die ganze Zeit um Zahlen geht und um Wissenschaft und um Bankengeschäfte. Das Lustige ist, der Film versucht die ganze Zeit zu erklären, was passiert. Also da werden tatsächlich die Hintergründe von der Bankenkrise da, von der Finanzkrise erklärt, dass das alles auf einem, nicht maroden, doch ich könnte sagen maroden, Immobiliengeschäft in den USA beruhte. Ich habe es selber immer noch nicht komplett verstanden, deswegen unterlasse ich einfach jegliche Versuche zur Erklärung. Ich werde mir da wahrscheinlich noch unendlich Trivia durchlesen müssen zu dem Film und mir den dann wahrscheinlich nochmal angucken. Aber der Film versucht auf jeden Fall zu erklären, wie es dazu kam, dass diese Finanzkrise dann letztendlich ausgebrochen ist, dass so viel Banken pleite gegangen ist. Die Lehman Brothers, das wissen ja die meisten, denke ich mal, das ist wohl das bekannteste Beispiel. Die Bank ist ja einfach bankrott gegangen. So, das war es, paar tausend Mitarbeiter raus und das war ja nicht alles, das war ja nur der kleinste Teil. Acht Millionen Leute wurden, glaube ich, arbeitslos, sechs Millionen Leute hatten kein Zuhause mehr. Oder umgekehrt, also allein in den USA, das war schon ziemlich heftig. Ich denke, da werden die meisten noch sich daran erinnern können. Und selbst für die Leute, an die es überhaupt nichts anging, was dieses Finanzgeschäft angeht, die es nichts anging, dass es sie was angeht. Ich denke, ihr wisst, worüber ich reden möchte. Ich finde, sogar für die Leute ist dieser Film was. Zuallererst, was heißt zuallererst, an dieser Stelle sei euch gesagt, guckt euch den Film nicht an, wenn ihr überhaupt nichts mit Zahlen anfangen könnt und Fakten. Wenn ihr sowas erwartet wie Wolf of Wall Street, der ja wirklich ein bisschen mehr auf Humor gemacht war, der ein bisschen, der dieses Leben von dem, wie hieß der nochmal, Jordan Belfort erzählt hat, der von Leonardo DiCaprio gespielt wurde. Das war alles ein bisschen auf lustig gemacht. Das hat eigentlich auch nur die Lebensgeschichte von ihm erzählt. Und ja, da ging es halt mehr um Drogenkonsum, um den Spaß, den der Typ in seinem Leben gehabt hat. Das ist in The Big Short nicht so. Da wird tatsächlich von Anfang an erklärt, wie es zu dieser Krise kam. Welche Banker welche Fehler gemacht haben, welche Banken welche Fehler gemacht haben. und letztendlich wird es, glaube ich, sogar, denke ich, ganz okay erklärt. Das Dumme ist nur, es ist immer noch nicht einfach genug. Ich finde, es hat irgendwie Spaß gemacht, den Film zu gucken, aber man fühlt sich, während der Film versucht, die ganzen Umstände zu erklären, irgendwie trotzdem dumm, weil die haben zum Beispiel an mehreren Stellen einfache, also normale Promis, so einfach Selena Gomez zum Beispiel später drin mit und die soll zum Beispiel einen Hintergrund leicht erklären. Ich weiß, ich kann nicht genau sagen, ob sie es geschafft hat, zumindest für meine Begriffe nicht, weil ich habe es danach nicht mehr verstanden und das ist eigentlich so mit das einzige Problem, das ich bei dem Film habe, dass man den mehrmals gucken muss, wenn man jetzt nicht direkt Banker ist oder so. Ich habe das Gefühl, das ist ein Film, der ist am besten für Bankiers und für Leute, die sich mit Finanzen auskennen und für die könnte er sogar schon Richtung Komödie gehen, weil er ist an Stellen echt lustig gemacht. Er hat manchmal so Einspieler, von wegen Landschaft wird gezeigt, hat nach der Frauen werden gezeigt, ein paar Banker, die sich in Bordells aufhalten, werden gezeigt oder sagen wir mal Stripclubs, ich glaube, das waren keine Bordells. Und an solchen Stellen ist der Film amüsant, also wirklich unterhaltend, aber dann geht es auch direkt wieder weiter mit der Erklärung, wie es um diese Banken und um diese Finanz- eigentlich eher Immobilienkrise steht, weil hier in dem Film geht es hauptsächlich um diese Immobiliengeschichte und im Hintergrund, Steve Carell spielt übrigens auch mit, ist mir gerade noch eingefallen, die spielen alle unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Bankiers, die bei unterschiedlichen Banken oder beziehungsweise Finanzunternehmen arbeiten und jeweils ihren eigenen Profit aus diesem ganzen Schlamassel zogen, weil sie mit die einzigen waren, die dieses Chaos schon Jahre oder ein, zwei Jahre zuvor haben kommen sehen. Ich finde das ganz interessant, weil wenn man sich, ich denke mal, wenn man sich die Hintergründe ein bisschen dazu vorher am besten durchliest, ich würde sagen, dass es sogar sehr empfehlenswert ist, sich vorher die Geschichte und die Zusammenhänge durchzulesen, damit man während des Films mehr versteht. Und wenn man das dann tut, dann ist der ganz amüsant, finde ich sogar, weil es sind Fakten eingebracht, die Stimmen, da würde ich jetzt mal von ausgehen, dass die Stimmen, das wirkt nicht so, als wäre das so eine Komödie, wo viel ausgedacht wurde, damit es auf lustig gemacht wird. Ich kann nicht genau sagen, ob diese Bankiers, ob diese Finanzexperten alle genau so agiert haben. Das sind wohl auch, glaube ich, alles echte Personen. Zumindest wird am Ende noch ein bisschen deren Geschichte erzählt. Ich kann nicht genau sagen, ob die wirklich so agiert haben, aber es wirkt schon alles sehr plausibel, obwohl ich es kaum verstanden habe. Und das ist das Interessante daran. Irgendwie, obwohl ich fast nichts verstanden habe von der ganzen Finanzsituation, das finde ich wirklich kompliziert. Ich habe im Kinosaal nur die ganze Zeit Leute fragen gehört nach dem Zusammenhang, was da jetzt passiert ist und so. Und dann hat es irgendwer anders versucht zu erklären, der es selber nicht verstanden hat. Das war das Beste. Und am Ende wusste wahrscheinlich kaum einer im Kinosaal wirklich, was da abgegangen ist. Aber auf irgendeine Weise hat der unterhalten, der Film. Ich kann nicht ganz genau sagen, Teilweise gibt es humoristische, lustige Szenen. Und dass der mit Brad Pitt, Christian Bale, Steve Carell und diesem Typen aus Gangster Squad, keine Ahnung mehr, wie der heißt, der hat halt all diese Stars dabei, damit auch quasi normalos, denke ich mal, ein bisschen mehr Bock haben auf den Film. Weil ich glaube, dass die Story auch mit No-Name-Darstellern gut funktioniert hätte. So unbekannten, wisst ihr. Das heißt, wahrscheinlich hat man die Stars hier wirklich tatsächlich nur reingeholt, um dem Film ein bisschen mehr, ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr Reichweite zu geben bei den Leuten, die sich so nicht auf dieses Thema Finanzkrise wirklich, ja, verstehen. Die das dann aber natürlich trotzdem gucken wollen, weil sie vielleicht Fan von Christian Bale sind oder sowas. So, ja. Ich glaube, das ist, wenn man den mehrmals guckt und sich zwischendurch die Hintergründe, das Video ist jetzt zwar schon vorbei, aber ich schneide einfach irgendwas anderes dran, keine Ahnung. Es war ja klar, dass ich das nicht schaffe in zehn Minuten. Ich glaube, wenn man sich den Film einmal anguckt und vorher nichts über diese ganze Finanztache weiß, die 2007, 2008 passiert ist, der Film spielt in diesen zwei Jahren, in diesem Zeitrahmen, dann könnte man den durchaus schlecht finden, wenn man gar nichts versteht. Ich habe ein bisschen in dem Film verstanden, weil ich habe mich bemüht aufzupassen. Es war schon relativ spät, ich war ein bisschen müde, aber ich habe mich trotzdem konzentriert an den Stellen, wo erklärt wurde und denke, ich habe es einigermaßen okay verstanden. Ich versuche es jetzt nur nicht zu erklären, weil dann geht es eh schief. Ich werde mir wahrscheinlich dazu nochmal was durchlesen, die Hintergründe, und mit dem Film dann nochmal anschauen, denn ich finde, es ist sogar anschauenswert. Die Darsteller machen nämlich alle eine richtig gute Figur. Da gibt es den Christian Bale, der spielt so einen, ich würde sagen, halbwegs verrückten, so einen Soziopathen-Finanzexperten, der da ein bisschen spekuliert darauf, dass diese Krise tatsächlich stattfindet, während kein anderer dran glaubt. Und das ist auch echt gut gemacht. Genauso geht das den anderen auch. Dann gibt es noch Brad Pitt, der eigentlich ein bisschen wenig Screentime hat, finde ich. Der taucht erst, ist kein Spoiler, wenn ich das jetzt sage, der taucht erst so zur Hälfte des Films auf und dann auch nur sporadisch wirklich zu sehen. So viel Zeit hat er nicht, wie man sich jetzt denken könnte, von so einem großen Schauspieler. Und der ist nicht, ja, die haben halt alle ihren kleinen Beitrag im Film und haben alle ihre eigenen Wege, mit diesem Film, mit dieser Finanzkrise Geld zu machen und haben dann letztendlich auch alle untereinander ein bisschen was zu tun, in denen sie sich gegenseitig Tipps oder was weiß ich, gegenseitig besprechen über diese Situation und am Ende eigentlich alle das Richtige tun, zumindest richtig im Sinne von nicht pleite gehen. Natürlich gehen viele andere Leute dann auf deren Kosten vielleicht auch zugrunde, aber irgendwer muss ja Profit daraus ziehen. So ist das leider. So ist das. Das sage ich nicht, weil ich das gut finde, sondern das sage ich, weil es so ist. Und ja, ansonsten, also ich finde, die Schauspieler haben alle eine ziemlich gute Figur gemacht. Da sind zwischendurch, wie ich gerade schon erwähnte, zur Erklärung zum Beispiel auch mal für nur ein, zwei Minuten bekannte Leute zu sehen. Und das dumm ist halt, dass diese Erklärungen alle nicht einfach genug sind. Ich vermute einfach mal, wenn die Filmemacher versucht hätten, diese Situation für jeden Idioten verständlich zu machen, dann wäre der Film locker statt, den knapp, glaube ich, zwei Stunden, die der hatte, oder vielleicht sogar ein bisschen mehr, hat sich zumindest so angefühlt, ich weiß es nicht genau, dann wäre der Film locker drei oder vier Stunden lang geworden, wenn man das wirklich in Einzelheiten hätte erklären wollen. Ich vermute daher, dass ich einfach nur zu wenig Hintergrundwissen hatte, um diese Zusammenhänge zu verstehen. Ich war allerdings glücklich, als ich gehört habe, dass die Leute im Umkreis von fünf Metern rund um mich auch alle keine Ahnung hatten. Was diese These nicht unbedingt bestätigt, weil, außer ich saß in einem Umkreis von Leuten, die alle keine Ahnung von der Finanzkrise hatten. Das kann ich natürlich, ich möchte hier niemanden beschuldigen. Ja, Darsteller war gut. Ich finde, die Story kann ich nicht wirklich Negatives sagen, weil es halt auf wahren Begebenheiten beruht. Ich muss nochmal, man muss natürlich da erklären, was, ob hier nicht auch ein bisschen an der Story gepusht wurde, in Anführungsstrichen, um das ein bisschen interessanter fürs Kino zu machen. Aber es wirkte auf jeden Fall langweilig genug stellenweise, als dass es komplett wahre Geschichten ist. Und das wiederum hat es dann auch wieder ein bisschen spannender gemacht. Weil ich finde, wenn solche Geschichten verfälscht werden von den Drehbuchautoren und man erfährt das hinterher, dann ist es irgendwie ein bisschen unbefriedigend, finde ich. Wenn sowas auf wahren Begebenheiten beruht und das dann auch tatsächlich so real wie möglich dargestellt wird, finde ich das irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber ja, man kann es auch überspitzender stellen, wie in Wolf of Wall Street. Das hat auch gut funktioniert, aber man muss es halt können. Und der Film hier hat das gar nicht erst so versucht, so hart überspitzender zu stellen, sondern einfach so, wie es ist. Zumindest habe ich so das Gefühl. Und das hat gut funktioniert, finde ich. Filmmusik war dezent, finde ich. Zwischendurch gab es eingängige Klavier, was heißt eingängig, gab es so Klavier, Pianotöne und so, ein bisschen ungewöhnlich zwischendurch. Einfach in den Übergangssequenzen, wo dann teilweise irgendwelche strangen Bilder zusammengeschnitten wurden, um von der einen zu anderen Situation und diverse Zeitsprünge zu überbrücken. Und ansonsten hat die Filmmusik nicht viel zu sagen. In diesem Film würde ich sagen, außer Christian Bale, der einen sehr ungewöhnlichen Musikgeschmack hat für jemanden in seinem Beruf. Aber das könnt ihr ja selber sehen. Ich weiß nicht, ob man das in den Trailer sieht. Deswegen versuche ich, so wenig wie möglich zu spoilern. Auch wenn es bei dem Film hier, glaube ich, nicht so schlimm ist, weil man kann es theoretisch alles auf Wikipedia vorher nachlesen. Ja, das war im Grunde alles, was ich so dazu sagen wollte. Ich würde dem Film insgesamt wahrscheinlich 7 von 10 Punkten geben, wenn ich die Chance hätte. Auf der IMDb hat er, glaube ich, 8,6 aktuell. Das ist ziemlich gut. Und die hat er, denke ich mal, auch verdient. Ich würde ihm jetzt einfach nur 7 geben, weil ich noch nicht alles verstanden habe und den noch ein zweites Mal gucken muss. Und vielleicht werde ich dieses Video dann irgendwie in der Beschreibung ergänzen. Vermutlich nicht. Aber das sprecht mich nicht drauf an. Sonst habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das gesagt habe. Falls ihr den Film auch schon gesehen habt, was unwahrscheinlich ist, außer ihr habt ihn in irgendeiner Sneak-Preview gesehen, oder illegale Verbreitungsmethoden. Da möchte ich nicht drüber reden. Das rate ich auch jedem ab. Ja, was haltet ihr von dem Film? Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, würde ich ihn euch empfehlen. Außer ihr könnt, wie gesagt, wirklich überhaupt nichts mit dieser Bankenmaterie anfangen, weil er ist ein bisschen weniger auf Unterhaltung getrimmt als Wolf of Wall Street. Aber immer noch unterhaltend genug für jemanden wie mich, der sich eigentlich nicht dafür interessiert. Aber wenn der Film... Ich war zum Beispiel eine der Personen, die wahrscheinlich nur von dieser Darstellerie gelockt wurden. Also mir ging es am Anfang wirklich tatsächlich gar nicht um die Story an sich, sondern weil da so viele Stars mitgemacht haben, wollte ich den einfach nur sehen. Und ich fand Wolf of Wall Street cool. Deswegen hatte ich so eine ähnliche Story, also eine Story mit Finanzhintergründen schon mal erlebt und dachte mir auch, kann man sich ja mal geben. Vor allem auf wahren Begebenheiten. Und ja, mir hat er gefallen. Wenn man überhaupt nichts mit so einem ernsten Thema anfangen kann, würde ich die Finger davon lassen. Aber alle, die mindestens ein, zwei von den Darstellern da drin gut finden, die halten sich alle relativ die Waage, bis auf Brad Pitt, der ein bisschen weniger Screentime hat als die anderen, würde ich mal sagen. Am meisten kann man Steve Carell und Christian Bale sehen, würde ich mal sagen. So vom Gefühl her. Und ja, das waren genug Amps für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr von dieser Art Video hören oder sehen wollt, vielleicht auch in Zukunft mit anderem oder gar keinem Gameplay, dann sagt mir doch einfach Bescheid. Das war jetzt einfach nur random alles zusammengewürfelt, was ich gerade so im Kopf hatte zu dem Film. Kann sein, dass ich einiges vergessen habe, aber das, ich denke mal, ist kein Problem, weil man kann sich ja auch andere Kritiken ansehen von professionellen Kritikern. Ja, ich bin kein Profi, Alter. Ich habe nie einen Kurs belegt oder sowas. Ich sage einfach nur, was ich denke. Ich bin so ein ganz normaler Kinozuschauer und habe versucht, das ein bisschen tiefer zu analysieren, obwohl ich wahrscheinlich auch nur an der Oberfläche gekratzt habe. Wenn sich das hier irgendein professioneller Kritiker ansieht und das Video scheiße fand, dann bitte halt deine Klappe. Wenn du es gut fandest, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und in den Kommentaren schreiben, wie toll das war und dass du gerne mehr sehen möchtest. Natürlich auch negative Kritik. Das war ein Scherz. So, jetzt ist Ende. Danke und bis zu irgendeinem anderen Video. Keine Ahnung. Vielleicht ja eine Filmkritik. Wenn ihr möchtet, auch wieder mit dem Kollegen, den ich letztes Mal dabei hatte bei Alles steht Kopf. Oder nee, Sicario. Ich hatte irgendwo zwischendurch mal mit einem Kollegen eins gemacht. Aber ich weiß es nicht mehr. Das war schon ein paar Wochen her. Also, tschüss. Ich höre schon was. Vielen Dank.